1. und 10 an der Vikings 48 Während noch Jesse Lewis Lewis mit einem Cut wird von Markus Kraus Jesse Lewis im Feld Der hat hier viel Platz und wird von Terley Boys 1. und 10 an der Vikings 1. und 10 an der Vikings Jesse Lewis sucht eine Lücke, ist schnell unterwegs und wieder versucht Terley Boys 1. und 10 an der Vikings 1. und 10 an Moderator 2. und 10 an der Vikings jetzt cừhr ein und 10 an der Vikings 3. und 10 an Jerons Markus Kraut, immer noch, Trips left, in sein Handlauf zu Jesse Lewis, der schafft es hier irgendwie die Lücke zu finden und dann ist es schwer den Zufall zu bringen, an die 21, 20 Yardlauf, Jesse Lewis in der Pistol, der bekommt auch hier den Ball, versucht es durch die Mitte durch, hat hier Platz, schwer zu Boden zu bringen. First Down an die 6 Yard Linie. ... und Lewis im Backfield, die Strong Side auf der rechten Seite, Lewis bekommt den Ball und ist in der Endzone, Touchdown Vikings, der erste Touchdown für Jesse Lewis in diesem Spiel. Insgesamt 17. Touchdown in dieser Saison. Jetzt drei Receiver auf der linken Seite, Lewis in der Pistol. Delayed Handlauf, Lewis durch die Mitte und hat das First Down. Pistol Formation, Handlauf zu Jesse Lewis und wenn der Platz hat, dann ist er weg. Ganz schwierig zu Fall zu bringen, Ter Lee Boys. Dritter und Fünf. Dritter und Fünf. Delayed Handlauf zu Jesse Lewis und er bricht schon wieder durch zum First Down. Sieben Yards. Dritter und Fünf und Zwanzig. Wichtige Third Down. Delayed Handlauf zu Jesse Lewis und Jesse Lewis hat da viel Platz und das gibt es doch nicht. Jetzt ist in der Endzone. 30 Yards. Jesse Lewis ist in der Endzone. Jesse Lewis ist in der Endzone. 30 Yards. Jesse Lewis. scratches. Dritt und Fünf. Dritter. Dritt und Fünf. Dritt. Hat. Untertitelung des ZDF, 2020